sparen seine sachen und damals alles kaputt 100 meter auch von da kommt hat mir was mal da weg da war schon immer großes das habe ich gesehnten und kann ich dir von den erleben da ist das hier direkt ist dann nur die basis weil mich ist der missionsbereich ich glaube ja es kommt mal das mag was schießt oder jetzt oh gott lebt er noch in seine beine wackeln oh gott wo kommst du ja da eine verfolgt mich da war im tussi also und schon aber nein und so aber was noch arbeit so haben wir schüssen anfang naja sind er glaube ich ob er hatte auf den dingen oder ist er hat er sagt würde in der luft irgendwie jemand den drauf muss dann auch so ein rucksack haben wie man die sachen alle normale sachen mitgenommen zwei leben für ein ziel ach wir wissen wir müssen den ganzen weg da lang was im weg muss man ein paar dinge ins farben hier ein paar proben normal und seltene ein paar sachen sollen alle gebäude zerstören dann macht man eine bombe hat gebäude hier ich nehme an artillerie schießt auf uns bedaubt ja ja so gott kapier ja nahe meiner mutter artillerie erledigt ich muss noch schön warum wir schaffen jetzt kommt die blöde artillerie und schießt er jetzt ab wir tun die artillerie einfach ignorieren einfach aus dem weg davon geht das ist nicht getötet aber ich kann ja auch von vorne abschließen natürlich jetzt zieht er natürlich auf mich da wusste ich ja nicht hatte ich komme mich mal geschützt sicher kann ich auch von vorn sicher ich kann kaputt machen schon drei schüsse auf den draufgeballert mein gott also was hier ich komme überall schüsse jetzt ich wollte schon sagen wie lange dauert noch da wäre ich doch wieder irgendwo rein da sind so viele schütze die auf uns ballern da jetzt ist er sagt geschützt hat noch ein geschützt ist klar da wird also ja ist ja noch aktiviert das war jetzt ja mein ding macht es nicht mehr so lange da kommt ein halt übrigens zwei sind zwei tun und steuern sich gerade haben erleben sehr gut so war kaputt ja wie für mg geschütze bräuchten ich bin gleich am rauchen ich gehe mal lieber raus nein wo ist so hier wir kommen gar nicht voran sagt die beiden geschützte links habe ich kaputt gemacht ich spreche doch vorne so eher hinten ich weiß nicht was da neu ist aber jeder tot gott war stirbt für mich als würde ich bete für das spiel von einem posten zum anderen schleichen und auch voll die kriegs flashbacks erledigt kann man da hoch versuche die ganze zeit hoch so kommen irgendwie ist ja kein eingang ist ja mein gott ist ja nichts kann man ganzen schüsse gerade ich habe da aber okay ihr habt ihr erledigt wenn ich hier diesen kleinen posten erledigt hat anscheinend warum sie dir so viele gegner dann bin ich weg dann bist du du bist dann naja keine sorge leute ich unterstütze ich heute geschmissen ok ganz ruhig nachschub aus hier ist weiter los leute und einmal groß ist ok wenn man eingehen wo ich die türme kaputt gemacht habe nein hier sind wir sowieso zu viert macht ja nichts aus wenn wir zu 14 oder mal wissen es mal ein bisschen voran soja wenn ich proben fahren man erst mal im mina leg damit ich da nicht rein laufe so was hier möchte hat leute robert wandert das war sogar ein schwerer also die hat schon naja ich warte hier wo deine sachen sind ja wie eine hatte hier oder der einrad ja auch jetzt aber daran kommt sondern noch mal zu sterben ich sehe nur einfach wie du da reinläuft irgendwie form abspacken bist und beweglosen tanzer ja ist ja auch ok wir müssen erstmal zu den anderen dingen dahin den ganzen weg der eine geht schon wer ist das bockman back man mehrzahl ist nicht ein back man das mehrere back man ja das ist die generation der familie da ist irgendwas schweres da schießt man einfach mal rein auch wenn ich nicht sehen kann was ist so hör mal mein kollege ich helfe dir nein nein er ist gegangen okay also ein einsamer aber jetzt ein save aktivieren aber haben wir so viel zeit hier auch napalm na auch auch wögen irgendwann rein mein gott ich werde nochmal aber auch diesen für nur 1 aber bereiten ach ist nur weit weg von sein aber da kommen links ich habe jetzt mal den links geändert hier den schuss stil von meinen raketen machen was jetzt der unterschied wo ich auch voll gegen benutze wo bist du gestorben da ist immer anders also jetzt habe ich das geschütze gerufen jetzt ist ja niemand mehr ist man ja missions hier machen eine geht schon dahin aber man sieht man hat level von denen er hat aktiviert sehr gut so ist es mit raketen starten proben oder so außer der hat gerade welche eigentlich so wieder zurück keine person ist da wenn man diese suchen noch ihre klamotten musst du da noch was gefunden ja wir müssen allerdings finden kann dann gedacht ja wo ist wo könnte denn sein oh gott nein daneben was was ich habe nur licht gesehen da und dann wollte ich haben nach spitzen keine proben schon wieder ich entdecke würde danke ich habe schon ausschaut nach diesem blöden stein also viel ruhiger mein gott war ein gott jetzt so kaputt naja ja das müssen wir machen noch gegner und er geht einfach so schön einen neuen dinger hinter uns kommen welche es müssen die dinge raus noch mal die dinge raus aber an dem dings wo ist die andere person und für ein eigenes ding okay nur ein exklusives fast dahin werfen gucken ob er explodiert ja munition bei euch nicht wirklich nur probe da macht ihr noch keiner von euch aufgehoben ja hab die person auch da ganz hinten irgendwo der hälfte ist bei uns normalfall ja noch vor heute übrig eine spritze was ist das rote zeichen auf der karte mittlerer außen passen haben wir nicht erledigt da hat das ein gegner da hat nichts gemacht ja ich habe wieder zum alten gewechselt ich habe sie aufgewollen ist aber ich bin nicht so ein guter schütze wenn ich dann einmal nach dingen durch ballern ja aber schon die hälfte schüsse verballert ohne was getroffen zu haben ich suche immer noch diesen blöden stein wir haben jetzt die sachen ja ja da station da wird da nicht angezeigt es gibt die eine person schon wieder da ganz hinten ja da will die ganze zeit hier sind ein ausprobieren ja da will die ganze zeit hier sind ein ausprobieren und posten glaube ich deswegen haben wir dann außenposten wir wahrscheinlich hier die ganze zeit den außenposten erledigen mittleren dann komme ich mich wir machen noch mal eben aus dem kreisen da passiert ich habe es aus den augen verloren eigentlich sehe ich es erst mal gucken ja es ist ja ja also da ist jemand geschafft was in ein los ich habe noch meinen dann wird er mal schon mal so evakuiert hat so was er gemacht hat sich das gebäude abgeschossen leute was geht da steigt hier die party ja genau blaustrahlen angst kollege ich helfe ja ich habe von der ganzen horde verfolgt ja ich weiß doch gerade wo kommt ihr alle her aber die umzüge mich und dadurch man am rauchen ich werde von der parteien abgeschossen und der ding schon gerufen ja ich war derzeit jetzt in dem blöden ding wäre ich ich glaube ich glaube ich habe den einen überrannt ja tut mir leid ich sollte vielleicht daraus gehen das ding ist fast am brennen wo wir sagen wir machen wenn noch ich wäre noch safe sachen sehe ich gerade nein okay da war jetzt aber nicht ich war ja nicht ich habe 1 was auf deine snabe war ich kollege nicht so nach okay also ich habe die super seite nicht gerein weil er macht stärken aufgebaut denn dann platziert 0 hat mir 0 wir haben alles abgeschlossen ja 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 mal ist alles sehr cool vier sterne genauso muss das und ein paar proben als bonus 17 ist ja okay und level 51 ich habe die meisten eliminierung muss die beste präzision ich habe die wenigsten verluste war weil es heute los ich habe alle proben extra mein gott ein blindes hohen endet auch mal ein korn dort sind sie wieder weg dann gehen wir mal zur nächsten eine geostudie bitte wie viele proben aber kann man auch im weiß gar nicht was ich brauchte ich brauchte nur eine menge normale glaube ich so wir müssen da unten hin genau hier in der mitte dann so gut ich weiß nicht was herausfinden da habe ich mir gerade noch geholt von den punkten die ich hatte von den medaillen ich habe jetzt nicht gegen die roboter aber gegen die sechsten flammwerfer was mit der schroth flinte und jetzt auch mehr schaden ist auch feuer ich habe dann eben geschafft mit dem ding rückstoß dinge ding ding wir müssen ich habe deine sachen also so ein bisschen dahin naja ob wir das schaffen jetzt unsere mission auch wie ich überhaupt mit meinen normalen dingen ich muss ja ich bin hinterher ein bisschen ja er hat schon wieder einen panzer ja der ist gerade gedroppt wann sind wir das nicht sein ich wieder welches recht klopft euch damit ja ja da steht einer weiß ich habe ich damit schaden machen oh mein gott heute geht mal weg eine blöden flugzeuge stellt man schnell macht ja ich meine primärwaffe gar nicht kann die solchen die mit dem dem ding schafft nicht zu tun ja leute immer weiter oder deckung gehen eine rakete ist ein bisschen schwierig zu treffen die dinger normalen war für auch erledigt wenn ich natürlich drei die hamburg ist exklusiv und so klar und zwar nächste nein wo kommt die ich freue mich für munition so müssen wir aber immer noch da bedingen machen wir ich habe nur gerufen bis jetzt ja da war ja zum habe ich gesehen die habe ich gesehen meine kanadenpistolen gegen die hat hilft warten jetzt noch mal da ist glaube ich glaube ich richtig ich mache mir das ding fällig wenn ihr keine gegner sind irgendwie ging das jetzt noch ja weil er dann aber abschießen soll er mal irgendwo platzieren hinter der deckung nehme ich an damit die hat nicht abschießen die ganze aktiv hatte haben die sofort drauf geschossen ich hatte nicht mehr weg das war noch eine andere mission zu machen naja wird schon gestartet mein gott ich habe 13 leute mit einer granate erschossen gerade wieso kriegt ihr nicht panzer position ina ist er da bitte schon reichen oder ich brauche mal etwas ja 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 ein geschützt warte werde ich hier mal gehen die alle da oben vorsicht mein geschützt steht da ich möchte mal sagen was auf der linken kaputter panzer fasst sie nicht an ja damit damit das vorgeht sie werden jetzt auf der karte angespräche er ist ein halb jetzt gerade mit rücken zu uns gerät dass man dem halt bitte uns geht da sie jetzt ziel suchen rakete mit der aus anwesend da ist noch einer daniel naja dann dann weg damit auch aber warum fiege ich da so komische vierkinder los nein wieso treffe ich sie nicht da ist noch da rechts kommt glaube ich ja was geht na wer ist das rüstert ja keine raketen ich hab dann überlebt ja mein gott aber der panzer ist weg der halbe noch das roboter posten ich doch er ist hier wohin müssen wir haben vier von vier naja ist genau wie die seien aber für die ich mal ausprobiert hat hier ist ein explosions da wurde ich für deinen schwer sagt er hat es keine mehr ja ja das ist ein bisschen wenig sagen wir müssen wir hier müssen wir hier müssen wir wo erz aller position auch hier glaube ich müssen wir machen ja also jetzt kommen wir mal zwei da kommt da wieder am panzer das ist ein drittes mein gott wir wollten ja ja noch spaß weiter der wir haben panzer da gespawnt ist der panzer ich habe es trotzdem noch machen ja jetzt mal wissen was wir machen müssen wir müssen in der ärzte position in ihrem gebiet wir sind schon in ihrem gebiet sitzen auch ob sie einen riesigen kreis meine mitte irgendwo da will ich nicht da muss man ein anderes ziel machen nix war da vorne irgendwas anderes machen mussten ich glaube du hast es gefunden das müsste in der schlucht da sein in der hütte da aber schon sagen wir benötigen ein geschützt d5 darunter 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 wo kommen sie hinter uns kommen welche nein kommt schon der nächste eigentlich auch mein geschützt man ich habe schon gesehen ich habe nicht unterfallen ich weiß nicht was da unten noch ist aber aber hier aber da sind eine menge leute ich gehe einfach nur leute durch die gegend fliegen ich gehe mal runter du auch ok ich gehe ans termine drücken es kommt schon wieder den nächsten ich habe schon wieder verfehlt ok was war da gerade was da mir vorbeigeflogen dann auch ein panzer ich habe gerade nachschub gerufen hat schon wieder bereit ok ich habe mich leute nicht auf mich leute ich bin gerade nach plan ich sehe überhaupt nichts wegen dem nebel ja wegen dem rauch die panzer weg ich habe einmal noch leute hier irgendwo nein naja gott sind ja viele schiffe du sagst naja gott hier sind so viele leute jetzt da ist ein halb mit flammen werfe aufgetaucht auf einer klippe kart da ist ein panzer na der hat mich weggehauen mit meinen adler aufsteht ich kann ja aufstehen abgeschafft ja naja naja wir sollten jetzt ihr leben rauskommen ich abschließen sie schießt mich mal was passiert ich weiß ich habe noch keine dings mehr keine spritzen ich kann halt nicht so auf stress aber keine spritzen keines naja bitte nicht bitte nicht aber ich hatte so viele gegner jetzt kommt schon wieder nicht so ich mache mich noch keine lust mehr jetzt ich gehe zwei blockierung ich nehme unsere proben seine beziehungsweise hört er ja gar nicht mal auf jetzt noch kurz eine proben dann verziehe ich mich naja ich weiß wo die sind nicht so viele ok geht's ich war schon wieder nachschub jetzt aber kein nachschub wenn die ganze spritzen ausgeht so ein erdbeben das ist ein geräusch die erde die wände fallen zusammen so kommen sie klar zusammen kämpfen oder nicht sein halb ich bin ich ja ich wir meinen geschützt kloppen mit einem geschützt angezeigt schwere stellung allein sagt mir nicht jetzt jetzt da oben gelandet da kommt vorsichtig leute vorsichtig ob die anzahl der raketen verringert da bin ich mir nur ein mein walker in meinen mac will ich mir ein haben die raketen reduziert will ich mir nur ein ich komme hinter dir gelaufen ich immer unter deren blöden bein ihr treffe er sagt heute geht kaputt also mir mal ich krieg ja tsc ist nicht dauernd für keine raketen für die er vorbei an wie ich Ding auf Warte mal und da ist ich habe den hack damit erledigt in den geschützt ich bin jetzt auch geschossen ja ja da waren zwei beben erkannt aber schon früher kann bevor er aufgetreten ist wir müssen natürlich wieder dahinten lang hier war kürnbergs das ist sein war so viel dadurch ja ich will da keine spritzen 28 29 und ein angeschossen der sinne mine reingefallen und ein bisschen festgenagelt gerade das möchte ich ja schon wieder panzer ich will einfach nur da vorbeigehen mir geht ein gegner der panzer lebt noch ist klar ich habe jetzt auch abgeschossen mit meiner geht jetzt ist er weg ich komme nicht durch das wasser durch wir werden nie durch ist die lava brühe man muss jetzt mal bei leute ich höre noch gegner irgendwo man kann ich nicht verstehen ob die weit weg sind doch voll nah von den geräuschen wir haben drei minuten auch sehe ich gerade auch gott hat so viel verkündet sprint zu evaku meine geht es bei der augen wie so ein lichter oben oder sagt es hat sich auf jeweils aber so ein rotes licht einfach in der luft nein nein aber ein verstärken einfach nur jetzt uns gut kommst du ja doch du hast nach schubbocker wort zu sagen okay bei der verstärkung wer schickst mich da und hat uns deswegen dann kommt ein panzer also nebenbei aber das verstärkungen irgendwo der ist tot sehr gut aber ich war die verstärkung oder ich bin drin oh diese geht noch zu zweit